jo servus liebe leute und herzlich willkommen schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und leichten platin mit dem neuen spiel von sakim 3 wrio ja das ganze kostet nur 99 cent im playstation store ist eigentlich recht easy das ganze also wir haben hier das fahrzeug und das fahrzeug können wir bewegen mit dem analog stick unterwegs seht ihr hier kommen immer so hinterlässe die dürfen wir natürlich nicht berühren sonst sind zwar direkt game over und unsere punktzahl geht runter auf null ab der punktzahl ich glaube sind bei 300 wird das fahrzeug etwas schneller also aufgepasst ja ihr habt ja wie gesagt da diese diese punktzahl oben links ich persönlich würde vorschlagen einfach gedroht ignorieren wenn das fahrzeug schneller ist weil ja jeder gamer kennt dann will man mal ganz kurz schauen wie weit man ist und power off dann kommt ein hindernis um als game over und man muss die ganze scheiße wieder von vorne machen also einfach ignorieren die platin wird euch schon sagen wann ihr hier durch seid ja ja wie gesagt 99 cent das ganze ps4 und ps5 kein cross bei und ihr habt natürlich auch hier wieder die möglichkeit auf achtfach platin wenn euch das ganze noch im asien japan und us store kauft allerdings ist es wieder so wie bei pretty bird müsst ihr mit der japan und asien version noch etwas geduld haben da erscheint das ganze erst etwas später aber es wird erscheinen also aktuell noch nicht am start so ihr merkt jetzt natürlich auch das ding wird immer schneller ja wie gesagt jetzt müsst ihr euch natürlich konzentrieren wenn jetzt da so kurz vor vor ende abkackt wäre das natürlich sehr schade würde ich mich jetzt auch ärgern weil der anfang der zieht sich halt immer weil das fahrzeug am anfang hat echt etwas langsam fährt wenn man da dann immer am ende dann game over geht muss das alles noch mal machen ist das schon ja sehr ärgerlich das ist wie bei pretty bird so da sind wir am ziel angelangt 500 points da kann ich mich kaputt gehen lassen ja wie gesagt also die letzten meter haben muss ein bisschen konzentriert sein und ja da ist die begehrte platin treiber video ja leute damals das schon wieder von mir vielen lieben dank fürs zuschauen wenn euch das ganze gefallen hat liken kommentieren und wenn das noch nicht getan habt abonnieren klark aktivieren damit auch keine videos mehr verpasst bis zum nächsten mal macht's gut und servus klark aktivieren